Michael I. von Rumänien war von 1927 bis 1930 sowie von 1940 bis 1947 König von Rumänien. Leben Michael I. wurde als Sohn des rumänischen Thronfolgers Prinz Karl und seiner Gattin Prinzessin Elena von Griechenland und Dänemark im Karpaten-Nordsenaia geboren. Nach dem Tod seines Großvaters Ferdinand bestieg der Fünfjährige als König Michael I. Zum ersten Mal formell den rumänischen Thron, da Kronprinz Karl wegen seines Lebenswandels 1926 zugunsten seines Sohnes auf die Thronfolgerechte hatte verzichten müssen. Die Regierungsgeschäfte in dieser Zeit führten Prinz Nikolaus, der jüngere Bruder Karls und Onkel Michaels, und einen Regentschaftsrat. Karl allerdings kehrte am 6. Juni 1930 aus seinem Exil in Paris nach Rumänien zurück und bestieg als Karl II. den Thron. Er regierte bis zum 6. September 1940 als Michael I. erneut zum König ausgerufen wurde. Karl II. war zuvor innenpolitisch immer weiter unter Druck geraten, da in seiner Regierungszeit Gebietsverluste von Belsarabien, der Nord-Bukowina, der Südobrutscher und nach dem zweiten Wiener Schiedsspruch vom 30. August 1940 von Nord-Siebenbürgen erfolgten Michael I. wurde der Jura zwar wieder König, die tatsächliche Regierungsgewalt besaß aber der General und zum Führer ausgerufene Ion Antonescu. Ab dem Ende des Jahres 1941 kam es zu zunehmenden Spannungen zwischen Michael und Antonescu. Während des Zweiten Weltkriegs trat Rumänien an der Seite Deutschlands in den Krieg gegen die Sowjetunion ein. Als die Rote Armee im Sommer 1944 zum Großangriff auf Rumänien ansetzte. Entließ Michael nach dem königlichen Staatsstreich am 23. August 1944 Antonescu aus dem Amt, wechselte die Seiten und erklärte am 25. August dem Deutschen Reich den Krieg. Von seiner Kooperation mit der UdSSR erhoffte er sich einen schnellen Friedensschluss, doch die Rote Armee besetzte zunächst ganz Rumänien, bevor am 12. September ein Friedensvertrag geschlossen wurde. Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs regierte Michael als Staatsoberhaupt mit stark eingeschränkten Befugnissen weiter, bis er am 30. Dezember 1947 von der herrschenden rumänischen Kommunistischen Partei zur Abdankung und zum Verlassen des Landes gezwungen wurde. Am 10. Juni 1948 heiratete er einer aus dem Hause Bourbon-Parma. Das Paar hat fünf Töchter, die alle im Exil geboren wurden, Margarita, Helen, Irina, Sophie, Maria. Bis zum Sturz des Sussescu-Regimes lebte Michael im Schweizer Exil, wo er seinen Lebensunterhalt mit der Geflügelzucht als Testpilot sowie als Börsenmakler verdiente. Am 25. Dezember 1990 reiste Michael nach 43 Jahren im Exil erstmals wieder in Rumänien ein, ausgestattet mit einem dänischen Diplomatenpass und einem 24-Stunden-Visum, um am Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale von Körti d'Arges teilzunehmen und dort an den Gräbern seiner Vorfahren zu beten. Auf dem Weg dorthin wurde er jedoch von der Polizei angehalten und zurück zum Flughafen gebracht. 1992 reiste er mit Genehmigung der Regierung erneut ein, um an den Osterfeierlichkeiten teilzunehmen. In Bukarest kamen über eine Million Menschen auf die Straßen, um ihn zu sehen. Staatspräsident John Ilyescu, der durch die unerwartete Popularität des Ex-Königs alarmiert war, verbot ihm daraufhin erneut die Einreise. Erst dessen Nachfolger Emil Konstantinescu gab ihm fünf Jahre später die rumänische Staatsbürgerschaft und damit das Aufenthaltsrecht zurück. Im Zuge des Gesetzes betreffend des Statuts des ehemaligen Staatsoberhauptes erhielt Michael 2001 unter Präsident Trejen Basescu das Wohnrecht im Elisabeth Palast in Bukarest eingeräumt, welcher 1936 für seine Tante Elisabeth errichtet worden war und den er selbst nach dem Sturz Antonescus von 1944 bis zu seiner erzwungenen Abdankung 1947 bezogen hatte, um im Stadtzentrum zu wohnen, da das bis dahin bewohnte Schloss Gotruzini etwas außerhalb liegt. In Bezug auf das Verhältnis Rumäniens zur Republik Moldau erklärte Michael 2001, wir haben keine Gebietsansprüche unseren Nachbarn gegenüber. Im gleichen Jahr beantragte Michael die Rückerstattung der vom kommunistischen Regime 1948 beschlagnahmten und verstaatlichten Schlösser Peles, Pelisor, Fäuser, deren Kunstsammlungen und 20 weiterer Immobilien in Sinai. 2004 verabschiedete die rumänische Regierung eine Gesetzvorlage zur Entschädigung in Höhe von 30 Millionen Euro. Allerdings erklärte das rumänische Verfassungsgericht das Gesetz zur finanziellen Entschädigung im November 2005 für verfassungswidrig. Michaels offizielle Rückkehr in die Schlösser Peles und Pelisor erfolgte am 5. Juni 2008. Die beiden Schlösser werden weiterhin als Museen genutzt. Während das ihm ebenfalls zurückerstattete Schloss Savasen als Wohnsitz dient. 2005 unternahmen König Michael und Königin Anna gemeinsam eine Reise auf den Spuren der rumänischen Soldaten, die Ende des Zweiten Weltkriegs in der Slowakei und in Tschechien gefallen waren. Am 27. Januar 2006 starb Michaels um ein Jahr älterer Halbbruder Karol in London. Dieser war der Sohn von Karl II. Aus dessen erster, morganatischer Ehe mit Cici Lambrino. Michael gehört historisch betrachtet zu den rumänischen Hohensollern. Der erste rumänische König Karl I. war Sohn von Karl Anton von Hohensollern, dem letzten regierenden Fürsten von Hohensollern-Sigmaring. Am 10. Mai 2011 legten der inzwischen 89-jährige ehemalige König und die Mitglieder seines Hauses den Namens Zusatz von Hohensollern-Sigmaringen ab und nennen sich seitdem von Rumänien. Hintergrund für die Loslösung sind offenbar Streitigkeiten um einen Adelstitel. Ein rumänisches Gericht erkannte einem Verwandten Michaels den Titel »Prinz von Hohensollern« ab. In der Folge brach Michael das bereits vorher als nicht eng bezeichnete Verhältnis mit Sigmaringen ab. Titel und Auszeichnungen Michael hielt die folgenden Titel. 25. Oktober 1921 28. Dezember 1925 Altäter S. A. Regala Mihai, Principe Al-Romaniei Principe de Hohensollern 28. Dezember 1925 20. Juli 1927 Altäter S. A. Regala Mihai, Principe Mostenitor Al-Romaniei Principe de Hohensollern 20. Juli 1927 27. Juni 1930 Majestäti S. A. Regale Romaniei 7. Juni 1930 6. September 1940 Altäter S. A. Regala Mihai, Marivoia Woti Alba Julia, Principe Al-Romaniei Principe de Hohensollern 6. September 1940 30. Dezember 1947 Majestäti S. A. Mihai Regale Romaniei Sein vollständiger Dienstgrad und Titel während seiner Herrschaft war Majestäti S. A. Mihai Printgräische Lui Dumnezoi S. A. Rege Al-Romaniei Marivoia Woti Alba Julia Principe Al-Romaniei Principe de Hohensollern Am 10. Mai 2007 wurde Michael de Hanno R. Allenbogen Citizenship Award verliehen. Er ist außerdem Träger des Ordens Legion of Merit und des sowjetischen Siegesodden. Seit dem 8. April 2008 ist Michael Ehrenmitglied der rumänischen Akademie. Die von Michael vergebene Loyalitätsmedaille dient der Anerkennung von Verdiensten um die ehemalige Königsfamilie und wird an höchstens 250 lebende Persönlichkeiten vergeben. Rezeption Im Juli 2011 vertrat der rumänische Staatspräsident Trajan Basescu seine umstrittene Meinung, dass der ehemalige König ein Verräter und Russenknecht sei und ferner mit schuldig am Holocaust in Rumänien. Während des Zweiten Weltkriegs waren etwa 211.000 rumänische Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert oder erschossen worden. Eine 2006 von Basescu berufene Expertenkommission hatte sich mit den Auswirkungen der kommunistischen Diktatur beschäftigt und die historische Rolle des ehemaligen Königs, insbesondere im Zusammenhang mit der Verhaftung Antoneskus gewürdigt. Der rumänien-deutsche Schriftsteller William Totuk bezeichnete die Aussagen Basescus als skandalös. Die Tageszeitung Die Welt kommentierte die Bemerkungen als Widerspruch zu verbürgten historischen Tatsachen. Die Verehrung Antoneskus und die Herabwürdigung von Michael I. gehört zur Ideologie sowohl rumänischer Rechtsradikaler wie auch der Anhänger der früheren kommunistischen Geheimpolizei Securität. Eine Umfrage vom April 2006, die das königliche Haus zum Thema hatte, charakterisierte König Michael als familienverbunden, gläubig, volksnah und ehrlich, moralisch.